Ein herzliches Willkommen YouTube und damit begrüße ich euch zu einer, ja, naja, Folge, wie gesagt, ist es ja nicht. Folge Robo-Kraft. Ich starte einfach mal und ich rede gerade ein bisschen leiser. Da es gerade für morgen ist, ich muss gleich in die Schule, aber irgendwie, keine Ahnung, bin ich dann einfach zur Zeit aufgestanden. Ich habe das noch nicht so drin, weil ich da aufstehen muss, um dann in die Schule zu sein, halt vergessen vom letzten Jahr passiert. Und ja, schlafen kann ich dann auch nicht mehr, das ist was blöd. Deswegen, das wird auch nur eine kurze Aufnahme, da ich eben nicht genug Zeit habe, so lange zu machen, aber auch noch genug Zeit ist, um hier schnell noch eine Aufnahme rauszuknallen. Ich hoffe, ich gewinne gleich zwei Spiele und dann hat sich das. Da würde ich dann die Aufnahme auch gleich beenden. Aber so weit wird es eh nicht kommen. Das kann ich jetzt schon sagen. Oh, Mann. Ich hätte schon mal den Tonhörer dann. Steht mir das Ganze schon mal zum Hals. Ach, dort. So. Entschuldigt mich bitte. Ach, es muss sein. Wenn ich hier leise rede, dann muss es auch wenigstens jetzt hohem Spiel leise sein. So, gehe ich mal hier hoch. Hier sind ein paar. Kann ich mir vielleicht ein bisschen Schaden auszahlen. Ohne gleich weggeholt zu werden. Ja, ich folge ihm jetzt einfach mal. Oh, fuck. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, fuck. Scheiße, ist das knapp gerade gewesen. Komm doch ran, wenn du willst. Ja, ich gehe es mal dort lang. Ist mir jetzt scheißegal. Ja, wenn die hier nicht kooperationsfähig sind. Und da keiner mitkommt, ist mir das jetzt egal. Fahre ich jetzt hier lang. Und zwar auf zur gegnerischen Basis. Was die hier nicht hochfahren wollen. Ach, kommt. Kommt, hier sehe ich die Gegner. Und wenn, dann sehe ich das eher auf meinem Radar. Und ich hoffe trotzdem, dass ich laut genug bin. Muss mal sehen, vielleicht muss ich die Aufnahme noch weghauen. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob das dann alles so passt. Oh, ich bin da, ich bin da voll Depp. Oh, wir haben mit mir gewonnen. Also egal. Ähm, ich springe noch mit dem Mikro. Näher an den Mund. Da hört ich mich... Vielleicht natürlich habe ich jetzt hier nichts gekriegt, eigentlich. Toll. Das ist so ein Müll. Weil ich nichts machen konnte. Egal. Ich will mir die Elektroplatten. Jetzt kann ich gleich die Garage wechseln. Am zweiten Gerät sollte ich auch mal umbauen. Ich habe auch keine Zeit dazu gehabt. Tja. Tja. Was hier möchte ich dann... ...ich dass irgendwie die Aufnahme lauter machen kann. Keine Ahnung. Oder muss ich einfach mal auf YouTube... ...lauerte ich der Regler hochdrehen. Auf meinem Computer oder Handy, je nachdem, wo ihr das Video anguckt. Halt, da muss ich gleich mal hochdrehen. Geht halt nicht anders. Bloß wollte ich einfach jetzt mal... ...ein Video mal wieder rausbringen. Ich meine, die es letzten sind so... ...ähm... ...setzt ist so am Dienstag gekommen. Heute ist Donnerstag, aber... ...naja, wer weiß, ob ich... ...am Wochenende steht da... ...ich auch keine Zeit. Oh, hab ich getroffen, ey. Das ist ja Müll. Oh. Bleibt natürlich dann stehen. Das nicht soll. Man, nur 0 Damage hier gedrückt. Oh. 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 Sind sie wieder. Da war zu hoch. Ach ja, komm. Du Scheißvieh. Leg mich doch am Arsch, ey. Ach, das ist doch nicht mehr schön. Ey, wirklich. Das macht überhaupt keinen Spaß mit solchen Scheiß. Viechstern an der Luft, ey. Das ist so sinnlos. Das macht einfach gar keinen Sinn. Warum es sowas überhaupt hier mit reinnimmt, ey. Klar ist mein Gefährt nicht gepanzert. Aber trotzdem muss das nicht sein. Ich bin gleich um 13. Trotzdem muss das nicht sein, dass ich... Scheiß. Viechstern an der Luft, ey. Dann kann man nichts machen gegen die. Weil Treffen tue ich mit der Altarie sowieso nicht so hoch. Wo sind da... Gegnerische Strahlen. Na, mir nicht mehr. Gibt's auch noch nicht eingeblendet. Da hinten irgendwo. Einfach mal die Richtung schießen. Hm? Ach, ich will doch gar nicht in die Richtung schießen. Ich mein... Puh, Treffen kann mal passieren, dass man was trifft. Wir haben natürlich auch so'n Scheiß-Typen. Ach, die sind sowas heute noch verbieten. Was man wenigstens sagt, die haben Mindestblöcke, keine Ahnung wie viele. Oder dass es einfach mal sowas in... ... hohe Bereiche kommt. Das ist ein Kack-Flug-Fiesch da. Wenn gegen normale Flugzeuge habe ich ja nichts dagegen. Weil die ja dann... Weil es denen ja an Panzerung dann fehlt. Aber diese Teile, die einfach nur... ... hochgehen und die übelsten Todeswaffen haben... ... das ist... ... wie gesagt, überhaupt nicht mein Ding. Oh, und die kriegen natürlich nicht mit, dass wir hier hinten schon sind. Und dass wir schon fleißig jetzt gerade gleich dabei sind. ... die Basis von denen einzunehmen. Oh, und ich treffe nicht, Alter. Ich habe ja null Schaden gemacht. Das kutzt mich schon. Ich kann nirgendwo einen wegholen. Oh, ne, die Waffen nicht schnell genug, der dreht. Oben hockt keiner. So, ge... Oh. Ich weiß nicht, dass wir lang haben. So gewonnen ist es, aber... ... naja. Halt, miserabel. Ich habe zwei gewonnen. Eigentlich könnte ich die Aufnahme aufhören, aber... ... naja, das ist zehn Minuten, reicht halt. Hier! Wie viel Geld, das ist komisch. Das ist doch scheiße, ja. Mann, ey. Das kann ich mal ein bisschen besser geboren. Das kann ich mal ein bisschen besser geboren. Das kann ich mal von oben. Mal bis hier hin. Das kann ich mal erforschen. ... ähm... ... ähm... ... plasma... ... radar T5. auch das ist fünf ja ich hab dann hab ich's so ähm schon mal die Elektroplatten, die hab ich ja schon mal nicht leisten ja die kosten so viel, ich hab kein Geld ok ja das ist erstmal von der Folge gewesen, es ist nur ne kurze aber trotzdem bedan... oh ich hab zu weit noch ja trotzdem bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und Abo ist natürlich erwünscht und ja haut rein, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao